Liebe gute Freunde, heute Samstagabend wieder mal Gäste in der Kellerbar. Eine Geburtstagsfeier. Jetzt gibt es Apero im Garten und dann verschieben sich die Gäste in unsere Kellerbar und es wird reguliert und geht dem Kartoffelgratter. So, der Keller ist wieder bereit für die Gäste. Wir sind noch am Apero draussen. Du bist du nicht zuletzt. So, so. Hast du mir gefallen, du Hans? Willst du mir noch eine andere sagen? Ich darf ins Bett gehen? Ab dort bin ich auch. Ich habe vorher kein Eis gehabt. Zähne ich, weil ich es spürte! Hände ich sehen. Und ich bin dieser Gäste in die Zukunft vor. Ich bin der Untertitel mit, über die Darmik. Ich bin der Karten mit. osi. Ihr ist die ganze Aufmerksamkeit. Obte. Wir sind hiervallenge. Wann? Wir sind hiervallenge, Wir können hiervallenge. Wir d occurs uns mehr auf dem Weg. Untertitelung des ZDF, 2020